sanfte grüße und herzlich willkommen wieder zu einer runde resident evil 8 village wir sind am stausee angekommen haben das rätsel am stausee gelöst und haben auch zum ersten mal halt roh besiegt ob das halt so alles ist wenn man gleich sehen gehen in richtung stronghold jetzt und tun noch hier und da paar sachen nun mal schauen das kugel labyrinth haben wir ja schon erledigt im letzten video auf weiter drücken jetzt haben wir ja die kugel bekommt für das kugel labyrinth was war das ich habe auch eine fahne dann sind wir alle drei tot dann gucken wir mal was versuchen abbluten können mag nur munitions perfekt zum munition kristalliner schädel auch cool scharfschutz munition perfekt mit dem jetzt sauber ich nicht ich 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 nicht ich 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 Dann haben wir viel Prüfer. Strollmunition. Und auch das Haus ist sauber. Schöner hier auch was. So, um hier vorhin. Nicht nur umgefallen, sondern auch ausgefallen. So, wir haben ein Buch. Mutter Miranda hat mir einen Berg geschenkt. Hier kann ich ganz viele Experimente mit dem Kadu machen. Es ist mein geheimes Labor. Heute habe ich die drei Experimente mit dem Kadu gemacht. Aber sie sind alle geplatzt und haben alles dreckig gemacht. Ich habe das Kadu eingepflanzt und dann habe ich mit einer Nadel Wolfsblut ins Rückgrat geschenkt. Lass mal an, lieber. Ah, die McMahon Wolfsblut. Schöne Wache. Schöner Wummel. Mal gucken, wie ich die einsetze. 3 2 3 3 2 3 1 2 3 5 2 3 3 3 1 2 3 3 3 was haben wir ja wir haben drei heiltränke ist in ordnung die fünf heiltränke das viel zu viel so fünf heiltränke sind da viel zu viel was ist die Tür, was ist die Tür, was ist die Tür ist das rot die halten eigentlich nichts aus 2 Rohrbomben plus 3 Schuss Sniper-Munition so ist natürlich jetzt die Rohrbombe weg aber egal war hier nicht noch ihnen gewesen von der Zwiebelwölfe da bin ich schon wieder blöde da 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 Warum geht das hier irgendwo anders rum? Nee. Hm. Dreck. Dreck, 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 Dreck. Ah. Tada. Gibt es ja eigentlich nix mehr hier. Kiste, Kiste, Kiste. O. Ah. Wow. wir sprechen natürlich jetzt schon mal wieder das sicherheit kann ja immer mal wieder passieren dass wir hier unerwartet drauf hier Display dialogue Mechalische Tür, da ist noch ein Hütchen. Oh, ist aber nett, dass ihr uns den Weg hinweist, wo wir lang zu gehen haben. Weil ich will hier nochmal lang gehen. Oh, hier ist eine Leiter, da ist eine Leiter. Oh, ein bisschen träg. Ich will zur Leiter hängen. Oh, hier guckt man ja nicht mehr hin. Krumpf. Ach, hier unten. Ah, da ist doch die Kugel. Da haben wir noch schnell die Hühnchen ab. Kugel, bleib hier. Mann. Haben wir hier noch irgendwas? Bis auf die Loyal. Jetzt bin ich mehr gespannt, was mich da oben erwartet. Ach, guck mal, da ist nicht Schatulle. Mal schauen. Ach. Ach. Well, aufера 얼마. Oh-ku-o-ra. Hier jetzt nicht lang. Ah ja, dran nicht. dann haben wir eigentlich aus das das wenn wir hier alles erforscht zugruppe und geht zur zugruppe müssen war hier dann papa ich will aber erst mal zum dicken so entschuldigt ja ja entschuldige 95.100 das ist schon heftig das gehörte die schönheit des grotesken wäre wohl ein guter titel dafür jetzt mal gucken dass die 1911 okay die sicherstellung von wahren hat oberste priorität glaubt mir mein freund ich kaufe das weil du es bist nur dass du es weißt soo wir tun erst mal ab upgrade die waffen geht nicht mehr geht nicht mehr geht so eine einfache modifikation ist sofort erledigt geht und geht mit vergnügen mit vergnügen teuerung nicht mehr vergnügen selbst eben klatschen So eine Telamina. Wusste ich doch, dass dich das interessieren würde. Das sollte erstmal ausrechnen. Schönen Tag. Schönen Tag. Wo war jetzt hier der... Da ist der PFA, also hier. Wir wollen ja zum... Zur Zugbrücke. Von Kurbel, von Kurbel, von Kurbel. Oh. 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 Hm. Dafür war es da. Was haben wir hier noch zur Union im Platz? Stein an das Podest. Mal überlegen. Oh. Oh Gott ey. Fuß eingeschlafen. Ah. 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 kernatwerfer habe ich ja schon steinplatte für donners kleine haben wir auch schon gemacht oder ja ja Das haben wir doch schon gehabt. Okay. Okay, okay, okay. Der Rind habe ich doch schon abgearbeitet, die der Sterne noch possess. Wir sind ab ins Büttle. Okay, mir spuckt jemand auf den Kopf, dann geht's ärger. Oh, was leuchtet denn da so? Ach, nicht von mir, das Schloss. Ach man, das nervt. Ich komm echt nicht von diesem Schloss los, ey. Und kurbeln nochmals. Einmal kurbeln, zweimal kurbeln, einmal kurbeln. Ich komm langsam. Na, vom Herzen, probel die, ey. Ah, da haben wir eine Schreibmaschine unten drun, okay. Oh, hier knistert schon wieder. Jemand, jemand unterwegs? Hallo? Hallo? Ich bin ein verlorener Wanderer. Ja. Amateurfunk. Ja. Ah. Auf. Auf. Ich denke, ich bin mal in der Lockdown. Gibt's hier noch was? Nup. Oh, mit dem Donnerbalken schließen. Hier ist eine Laita, da müssen wir doch lieber speichern. Oh. So, wir speichern jetzt erstmal und setzen da eine gleich wieder fort. Ich geh kurz mal mit den Hunden raus und wir sehen uns gleich wieder. So, muss frei sein. So. Also, bis gleich.